1. Buch, 45. Kapitel Es ist ein schlechtes Beispiel, wenn ein gegebenes Gesetz, zumal vom Urheber desselben, nicht gehalten wird und alle Tage neue Unwillen in einer Stadt auszuüben, ist für den, der sie regiert, höchst nachteilig. 2. Nachdem der Vergleich zustande gekommen und Rom seine alte Gestalt wiedergegeben war, forderte Virginius den Appius vor das Volk, um seine Sache zu verteidigen. Dieser erschien in Begleitung vieler Adeligen. Virginius befahl ihn, ins Gefängnis zu werfen. Appius fing an zu toben und sich aufs Volk zu berufen. Virginius sagte, er sei nicht wert, die Berufung zu genießen, die er selber zerstört habe, und das Volk zum Beschützer zu haben, das er beleidigt. Appius erwiderte, sie dürften nicht das Recht der Berufung verletzen, das sie mit so großem Eifer eingeführt hätten. Trotzdem wurde er eingekerkert und entleibte sich noch vor dem Gerichtstage selbst. Und obwohl das verbrecherische Leben des Appius jede Strafe verdiente, so war es wenig in der Ordnung, die Gesetze zu verletzen, und zumal das, welches eben erst gegeben worden war. Denn ich glaube nicht, dass ein übleres Beispiel in einer Republik gegeben werden kann, als ein Gesetz zu machen und nicht zu beobachten, und umso mehr, wenn es von dem nicht beobachtet wird, der es gemacht hat. Und als sie appellieren wollten, nicht zugelassen wurden und das Gesetz nicht beobachtet. Dies entzog dem Bruder mehr Ansehen als irgendein anderer Vorfall. Denn wenn die Appellation nützlich war, so musste er für ihre Beobachtung sorgen. War sie unnütz, so durfte er sie nicht durchgehen lassen. Und umso mehr fiel dieser Vorgang auf, als der Bruder in so vielen Predigten, als er nach diesem Gesetzbruch gehalten, niemals den, der es gebrochen verdammte. Noch auch entschuldigte, weil er eben eine Sache, die ihm gelegen kam, nicht verdammen wollte und zu entschuldigen nicht vermochte. Was denn, indem es seine herrschsüchtige und parteiische Gesinnung offenbarte, ihn um seinen Ruf brachte und ihm vielfachen Vorwurf zuzog. Viel Schaden tut es auch einem Staate, jeden Tag durch neue Kränkungen, die man diesem und jenem zufügt, immer wieder neuen Unwillen im Herzen seiner Bürger zu erwecken, wie dies in Rom nach dem Dezimvirate geschah. Alle zehn Männer nämlich und noch andere Bürger wurden zu verschiedenen Zeiten angeklagt und verurteilt. Der Gestalt, dass die äußerste Bestürzung unter dem ganzen Adel herrschte, indem er glaubte, dass der gleichen Verurteilungen gar kein Ende nehmen würden, ehe nicht der ganze Adel ausgerottet wäre. Und es würde großes Unheil in der Stadt hervorgerufen haben, wenn nicht der Tribun Marcus Duellius vorgebeugt hätte, der ein Edikt erließ, dass es ein Jahr lang keinem gestattet sein solle, irgendeinen römischen Bürger vorzufordern oder anzuklagen, was den ganzen Adel wieder sicher machte. Man sieht aber daraus, wie nachteilig es für eine Republik oder einen Fürsten ist, durch immerwährende Strafen und Verletzungen die Gemüter der Untertanen in Angst und Sorge zu erhalten. Und ohne Zweifel kann man kein verderblicheres Verfahren beobachten, weil die Menschen, welche zu befürchten anfangen, dass es ihnen übel ergehen werde, sich auf alle Weise vor den Gefahren sicherzustellen suchen und kühner werden und weniger scheu Neuerungen zu unternehmen. Darum ist es nötig, entweder gar keinen zu verletzen oder die Verletzungen mit einem Male abzumachen und dann die Menschen wieder sicherzustellen und ihnen Grund zu geben, ihre Gemüter zu beruhigen und zu befestigen.